Servus God of War Freunde, die internationale Presse ist vom neuen Teil begeistert. Die Punktewertungen fallen sehr hoch aus, teilweise 10 von 10 Punkten. Besser geht's nicht, ist das jetzt der beste Teil der Reihe. Wir schauen uns das Game etwas genauer an und gehen der Sache auf den Grund. Bald ist es soweit, am 20. April können wir das Game offiziell im Laden kaufen. Das ist nächste Woche Freitag, die Presse durfte das vorab schon testen und es sind wirklich krasse Wertungen rausgekommen. Zum Beispiel IGN, ihr da kennt es, 10 von 10 Punkten, also besser geht's nicht mehr. Polygon, 10 von 10 Punkten, zum Beispiel US Gamer, 5 von 5. GameSpot kennt auch jeder, 9 von 10 Punkten und die GamePro GameStar, eine 93er Wertung. Also sieht schon wirklich richtig gut aus. Schauen wir uns das Game im Detail an. God of War wechselt die Mythologie. Wir sind jetzt in der nordischen Mythologie unterwegs, nicht mehr in der griechischen. Dort gibt es ebenfalls bekannte Götter und Fabelwesen, wie zum Beispiel Thor, der gehört in die nordische Mythologie. Die Grafik des neuen God of War-Tiles ist der absolute Hammer. Das Spiel sieht auf der PS4 bildhübsch aus. Die Farben sind wirklich sehr intensiv, sehr leuchtstark. Die nordische Mythologie ist echt sehr schön in dem Spiel dargestellt. Das Game Design sieht auch sehr schön aus. Es ist sehr abwechslungsreich von den Gebieten und die Gebiete sind auch wirklich geil designt. Wer sich so ein bisschen mit der nordischen Mythologie auskennt, sollte die Namen kennen. Wir sind in Muspelheim unterwegs. Das ist eine riesige Lava-Welt. Dort herrscht der Riese Surt. Wir sind in Midgard unterwegs. Das ist so ähnlich jetzt hier wie die Erde. Dort leben die Menschen. Es gibt Alfheim. Das ist so eine richtig geile Fantasy-Welt. Sehr farbenfroh. Dort leben die Elfen. Und es gibt noch Nilfheim. Das ist so ein riesiges Dungeon, so eine riesige Höhle. Dort leben auch Riesen. Es gibt natürlich noch mehr Welten in der nordischen Mythologie. So wie es aussieht, sind die aber noch nicht freigeschalten. Kommt eventuell mit dem DLC oder dann in den nächsten God of War-Tilen. Auch die Story überzeugt. Kratos ist ein wenig älter geworden mit langem Bart. Ihn hat es eben nach Norden verschlagen, um Abstand von seinem alten Leben zu bekommen. Dort hat er eine Familie gegründet. Viel ist über die nicht bekannt. Das Spiel fängt nämlich mit dem Tod seiner Frau an. Und Kratos und sein Sohn wollen ihre Asche am höchsten Punkt verstreuen. Leider fällt Kratos für die Feuerbestattung seiner Frau Bäume, die die Welt vor bösen Wesen beschützen sollten. Und nun wandelt die eben überall herum. Odin, der oberste der Götter, gefällt es natürlich gar nicht, dass Kratos diese Bäume gefällt hat. Und es wird ein wenig Streit geben. Ob wir in diesem Teil schon Götter töten werden, ist noch nicht wirklich bekannt. Wir werden auch welche treffen. Und es wird mit Sicherheit auch noch nachfolgende Teile geben. Da werden wir mit Sicherheit noch mehr sehen. Es gibt auf jeden Fall genug Gegner, die wir ihres Kopfes erleichtern oder auseinanderreißen können. Beim neuen Kampfsystem teilen sich so ein wenig die Meinungen. Die einen finden das ganz gut, die anderen geht so. Es hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Zum Beispiel die Kamera ist etwas anders. Mir gefällt sie aber ganz gut. Ich würde sagen, sie ist auf Level 2018 hochgehoben. Wir haben verschiedene Skills für unsere Axt, um Gegner schneller und cooler auszuschalten. Der Wutmodus ist natürlich dabei. Sehr wichtiger Bestandteil. Finisher gibt es natürlich ebenfalls noch. Kopf zertreten oder Brust auseinanderreißen und auch noch andere Sachen. Viele Leute fragen auch immer, ob es noch eine andere Waffe gibt, außer diese Axt. Und ich habe da schon ein Video gesehen. Ihr könnt euch auf die andere Waffe freuen. Ob es dann noch mehr gibt, weiß ich nicht. Wie gesagt, eine habe ich gesehen. Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen. Im neuen God of War Teil gibt es auch sehr viele Rollenspielanteile. Die gab es so in den alten nicht wirklich. Man kann seine Rüstung, seine Waffen aufwerten, verbessern, Skillpunkte setzen. Es gibt vier verschiedene Bäume. Nahkampf, Axt, Schild und Bogen. Attribute können verbessert werden, um den Charakter eben stärker zu machen. Rätsel sind natürlich auch noch großer Bestandteil des Spiels. Und die sind auch teilweise nicht so einfach. Da kann man schon länger dran sitzen. Allgemein muss man sagen, das Spiel sieht einfach fantastisch aus. Es ist in allen Aspekten ein 2018er Spiel. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen, hat euch so einen kleinen Einblick gegeben, was euch in God of War erwartet. Ja, ich würde mich über ein Like freuen. Wer mehr sehen will, schaut einfach auf meinen Kanal vorbei. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.